Gleis 4, Einfahrt ICE 612 nach Dortmund Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 12 Uhr enden. Heute 1. Klasse in Abschnitt A und E. Heute ohne Rasse. Gleis 4, Einfahrt ICE 612 nach Dortmund. 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 Gleis 5, 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 Einfahrt ICE 612 nach Dortmund. 248 nach Paris-Nord über Nürnberg und Brüssel die Abfahrtseite, der ist 244 und abweichend, Gleis 5. Ich wiederhole, Tages 248 nach Paris-Nord, die Abfahrtseite ursprünglich zu 242, heute abweichend aus Gleis 5. Ich wiederhole, Tages 248 nach Paris-Nord, die Abfahrtseite ursprünglich zu 242, heute abweichend aus Gleis 5. Ich wiederhole, Tages 248 nach Paris-Nord, die Abfahrtseite ursprünglich zu 242, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Meine Damen und Herren, am Gleis 6, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Gleis 6, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Gleis 6, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Gleis 6, bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.